Ist dein oder deine Ex neu verliebt und ihr seid noch gar nicht so lange getrennt und du bist völlig verzweifelt? Gut möglich, dass er oder sie in einer Rebound-Beziehung sind. Und was es damit auf sich hat und was du dabei beachten solltest, darum geht es heute noch mal in diesem Video. Dies Video kommt als Antwort auf viele Fragen, die ihr immer wieder um dieses Thema stellt und deswegen habe ich mir überlegt, das Ganze noch mal neu aufzulegen. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Es gibt ganz, ganz spannende Ausblicke und ein Punkt, der mir ganz besonders wichtig ist, denn das Ganze ist eigentlich gar nicht so schlecht für dich. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Marie, Beziehungscoach aus Frankfurt und ja, schön, dass du da bist. Ich gehe mal davon aus, wenn dein oder deine Ex gerade frisch in einer neuen Beziehung sind, geht es dir nicht besonders gut und du hast hier mein ganzes Mitgefühl für dich einmal gedrückt und umarmt, weil ich und viele, viele andere hier wissen auch, ja, dass es dir gerade nicht besonders gut geht. Wir steigen gleich mal ein um das Wissen um die Rebound-Beziehungen und Nummer eins ist, was ist eigentlich eine Rebound-Beziehung genau? Wir haben schon gesagt, der Ex hüpft gleich in die nächste Beziehung, die Ex hüpft gleich in die nächste Beziehung und genauer gesagt muss man auch noch mal erklären, dass ja, er oder sie in eine Beziehung gehen, obwohl jede Vernunft und jede Logik einfach nur dagegen spricht, weil du warst mit ihm oder ihr vermutlich über viele, viele Jahre, vielleicht auch nur Monate, aber viele von uns, die uns hier kontaktieren, waren zig Jahre mit ihren Echsen zusammen und die gehen gleich in die nächste Beziehung. Und Logik und Vernunft meint hier einfach nur, ja, es ist unwahrscheinlich, dass jemand schon geheilt ist und ohne Ballast in die nächste Beziehung geht. Das ist die Rebound-Beziehung. Ja, wer ist klar? Erstmal eurer Ex, euer Ex und natürlich sind die vielleicht schon in eurer Beziehung auf Internetportalen gewesen, haben sich vielleicht schon potenzielle Dating-Partner zurechtgelegt oder daten eben jetzt, wo ihr weg seid. Irgendwelche Bekannten aus dem Bekanntenkreis. Ganz oft hören wir eben hier auch, dass es Arbeitskollegen oder Kolleginnen sind. Und auch hier ist der Fall, dass manchmal diese Beziehungen auch schon vorher losgehen, beziehungsweise euer oder eure Ex schon so das Gefühl hat, mit euch, das läuft nicht mehr so besonders. Und die legen sich dann quasi schon den nächsten potenziellen Beziehungspartner so ein bisschen zurecht. Und in dem Zusammenhang spricht man ja auch dann vom Warmwechseln oder, ich finde ja den amerikanischen Begriff noch viel schöner, nämlich das Monkey-Branching. Darüber gibt es auch hier zahlreiche Videos auf dem Kanal. Ich verlinke euch auf jeden Fall nochmal die Playlist. Eine eurer brennendsten Fragen ist immer wieder, wie lange dauert diese Rebound-Beziehung? Und wir sind natürlich keine Hellseher. Man sagt, diese Beziehungen haben keine guten Prognosen meistens. Man liest so eine Zahl, so 95 Prozent der Rebound-Beziehungen gehen schief. Und es gibt eben insgesamt so Zahlen, dass man sagt, drei Monate ist so eine Zahl. Da kicken dann die Bindungsmuster rein. Da scheitern einige und stolpern viele. Dann nochmal neun oder zwölf Monate. Aber manche werden auch zu richtigen Beziehungen, zu guten Beziehungen, weil beide Partner sich Zeit gewähren, Zeit lassen und sich auch mehr und mehr annähern. Aber wie gesagt, die meisten scheitern. Und schwierig wird es eben dann, wenn der Rebound-Partner toxisch ist. Da gibt es die abenteuerlichsten Entwicklungen und da willst du nicht drin sein. Denn ja, wenn du dann in der Friendzone steckst und dein Ex ist mit einem toxischen Rebound-Partner zusammen, dann kann es dir gut passieren, dass er oder sie auch immer wieder zu dir kommen und sich bei dir die Sicherheit suchen, die sie vielleicht auch nicht in der Rebound-Beziehung haben. Da, wo es eben Abenteuer, Aufregung und wildes, heißes, liebes Leben gibt. Und ihr seid eben so der emotionale Tampon, der dann da ist, wenn es dann bei denen mal nicht gut läuft. In dem Zusammenhang möchte ich dir auf jeden Fall den Podcast empfehlen, weil ich das hier nicht näher ausführen werde. Eventuell nochmal auch irgendwann selber ein Video dazu machen werde, weil ich das im Coaching auch schon mitbekommen habe. Der Date-Doktor Emanuel hat hier einen tollen Podcast rausgebracht, jetzt im Januar. Der Ex hat einen toxischen Rebound-Partner. Hör dir das auf jeden Fall mal an. Das ist sehr, sehr hilfreich und hält dich vielleicht davon ab, da zu tief rein zu rutschen und schnellstmöglich eben aus dieser Beziehungs-Dreiecks-Hölle rauszukommen. Also sofort Date-Doktor Emanuel Podcast Ex hat toxischen Rebound-Partner. Die nächste Frage, die mir häufig stellt, ist die Frage nach dem Warum. Und da sage ich zuerst einmal, euer oder eure Ex haben eine Entscheidung getroffen, in eine neue Beziehung zu gehen und sie wollten nicht mehr an eurer Beziehung arbeiten. Sie haben sich entschieden zu gehen und einen neuen Partner sich zu holen. Und diesen Punkt solltet ihr einkalkulieren, auch wenn ihr im Ex-Zurück-Modus seid und darüber nachdenkt, den anderen zurückzunehmen. Denn er hat euch eigentlich mal irgendwann die Nase vor der Tür zugehauen. Und ja, man kann das so pauschal auch nicht beantworten, auch wenn ihr meine eigene Meinung hören wollt. Ich kann jetzt nicht sagen, ja oder nein, nimmt jemand zurück, nimmt jemand nicht zurück. Das hängt einfach ganz massiv auch von der Qualität eurer Beziehung ab. War es eine gute Beziehung? Wie lange wart ihr auch zusammen? Wie hat sich euer Partner verhalten? Vor der Trennung oder auch nach der Trennung? Da sind also viele Faktoren zu berücksichtigen. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass ihr diesen Gedanken mit in die Waagschale werft, dass jemand da nicht bereit war, an eurer Beziehung zu arbeiten. Und nach einem weiteren Warum könnt ihr natürlich auch noch mal fragen. Und das ist sicher das Warum, dass euer Ex-Partner es bevorzugt hat, den Schmerz, der mit Trennung verbunden ist, zu vermeiden. Sie umgehen also quasi komplett diesen Liebeskummer, weil ja, sie haben sich jetzt in jemand Neues verliebt und sind gerade in der Honeymoon-Phase und geliesen diese Zeit mit dem Rebound-Partner. Alles ist neu und der Neue ist so anders, als ihr das vielleicht seid. Und ja, sie erleben so wirklich den zweiten Frühling jetzt so nach eurer Beziehung und sind natürlich nicht mit dem Liebeskummer beschäftigt. Also ihr seid da an einer ganz anderen Stelle gerade. Und eins muss man dennoch sagen, früher oder später werden diese Gefühle wieder kommen. Man kann natürlich Gefühle von Trauer, Verlust beiseite schieben, auch mit neuem Partner quasi übermalen, überzeichnen. Aber irgendwann wird diese Trauer noch mal kommen, denn das ist die menschliche Natur, jede Art von Verlust, so schräg vielleicht auch eure Beziehung am Ende war, jede Art von Verlust und Beziehung muss betrauert werden. Und ob sich jetzt um eine Rebound-Beziehung handelt oder auch ein Monkey-Branching, das heißt also, jemand hat sich den anderen davor schon zurechtgelegt, als ihr noch in der Beziehung wart. Es gibt da zwischen den beiden sehr, sehr viele Parallelen und auch da ist der Liebeskummer eben ausgeblendet und irgendwann wird das in die neue Beziehung wieder reinknallen. Das ist also auf jeden Fall ganz sicher. Und ihr und was euch anbetrifft, ihr könnt eigentlich sehr, sehr, sehr stolz auf euch sein, denn ihr geht gerade schon, ja, ihr geht durch die Hölle, ich weiß, ihr geht durch die Hölle und dafür auch noch mal ein herzlicher Drücker hier. Aber ihr schafft das, das weiß ich auch. Und ja, ihr habt es aber dann hinter euch, ihr habt jetzt niemanden an eurer Seite, ihr seid im Trennungsprozess in Anführungszeichen allein. Hoffentlich habt ihr gute Freunde um euch herum und auch Aktivitäten, die euch ablenken. Aber ihr seid jetzt, dadurch, dass ihr durch den Liebeskummer durchgeht, dann am Ende auch stärker und schneller in einem ganz, ganz, ganz viel besseren Zustand als euer oder eure Ex. Das erstaunt immer so viele und das ist total klar. Man fühlt sich natürlich so klein und schlecht und verlassen, völlig normal. Aber halte mal wirklich kurz inne und mach dir das mal bewusst, dass du jetzt eigentlich in der ganz, ganz normalen Position bist. Du gehst durch die Trauer und durch den Liebeskummer und nutzt dann vielleicht sogar, wie ganz, ganz viele von euch da draußen und das finde ich so schön und das ist uns allen mal so gegangen, diese Trauer und diese neue Kraft, die daraus dann auch irgendwann erwächst, ja, euch wieder zu motivieren für neue Taten, für neue Dates, für neue Partner, für neue Lebensprojekte, für neue Businesses und was ich schon alles gehört habe, was ihr da draußen alles so leistet, wenn ihr dann eben, ja, nach dieser Liebeskummerphase so langsam wieder aufersteht. Halte diesen Moment der Stärke ganz kurz für dich fest. Vielleicht magst du auch irgendwie eine kleine Powerpose machen vor dem Spiegel für dich, die du dir merkst und an die du dich immer wieder erinnerst, wenn es dir schlecht geht. Sich in dieser Phase stark zu fühlen, das ist genau das, was du brauchst und du bist auf dem richtigen Weg. Mach dir das wirklich bewusst, du hast allen Grund dazu, dich stark zu fühlen. Die letzte Frage von euch, was kann ich tun? Ja, wir haben viele Videos schon dazu gemacht, ich werde euch die Playlist nochmal verlinken auch, da kannst du dann gleich auch weiterhören. Ja, wir sagen ganz oft, tu nichts, um gegen diese neue Beziehung anzukämpfen. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen, im Gegenteil. Du sollst dich zurückziehen und lass die andere Beziehung machen, lass die sich im Schlamm wälzen, raufen, was auch immer. Du wirst es erfahren früher oder später, wenn Ex dich zurück will und wie gesagt, denk darüber nach, ob du das dann auch willst. Kümmer dich um dein eigenes Leben, halte dein Leben nicht an, mach dein Ding, geh weiter, geh durch die Liebeskummerphasen und dann such dir was, was dich so richtig begeistert, was du schon immer machen wolltest. Wir haben auch mal ein Video dazu gemacht, so wirst du 2.0, hör dir die Videos an, arbeite wirklich an dir selbst und wenn du Ex dann zurück willst und an dir gearbeitet hast, an deinen blinden Flecken, bist du in der optimalen Position, aber was noch viel schöner ist, vielleicht bist du auch in der optimalen Position für wen ganz anderes, denn es gibt eben nicht nur die oder den Ex, es gibt noch viele, viele, viele andere Partner da draußen, viele tolle Partner, viele potenzielle passende Partner, das kannst du dir gerade nicht vorstellen, aber glaube mir, die gibt es für dich und ich freue mich für dich, wenn du sie für dich findest. Ein letzter Rat noch zu der Frage, was kannst du tun? In der Kontaktsperre bleiben, wenn ihr gemeinsame Kinder habt, dann natürlich nur organisatorische Dinge absprechen, keine großen Nachfragen, auch nicht bei gemeinsamen Freunden und wenn das Ganze toxisch wird, das heißt also Ex ist selber toxisch, narzisstisch oder Rebound-Partner ist so und Ex hat dann auch seine Anteile natürlich, sonst würde er ja nicht drin hängen, dann arbeitet auf jeden Fall am Loslassen. Auch zu diesem Thema haben wir ganz, ganz viele Videos gemacht, klickt euch da gerne in unseren Kanal und in diesem Sinne, ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, passt gut auf euch auf da draußen, mischt euch da nicht zu eng rein, das wird euch nicht gut tun, ihr wiederholt höchstens immer wieder die Trennung und ja, das wollt ihr nicht, das wollt ihr nicht, das wollt ihr nicht, das wollt ihr nicht. Ja, das war jetzt oft genug gesagt. Ich danke euch ihr Lieben, ich freue mich total über ein Like hier zum Video und auch über euer Abonnement, der Kanal wächst und soll weiter wachsen. Schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich freue mich auch über Kommentare zu euren Rebound-Erfahrungen und natürlich auch weiterhin vielen, vielen Fragen, denn wir werden noch weiterhin auch eine Serie starten zu dem Thema, weil eure Fragen dazu einfach sehr, sehr umfangreich sind. Und denkt immer daran, ihr seid liebenswert, zauberhaft und wunderbare Menschen, auch ohne euren und eure Ex und ihr seid alleine aus der Trennung rausgekommen, brauchtet niemanden, der euch nochmal validiert und euch zur Seite steht. Seid wirklich, wirklich stolz auf euch und fühlt euch nochmal am Schluss auch gedrückt. Ganz liebe Grüße aus Frankfurt, gute Nacht.